James Harden ist da, he is cooking, he is cool, guck mal. Hey, hey, wisst ihr wie weit die Dreilinie weg ist, ich schwöre so anstrengend, wer ist die Gang, Mischa und Jordan. Die Jüngsten waren lange nicht auf dem Platz, waren lange nicht auf dem Platz, Timing muss man wieder finden. Du brauchst einen für Clip, du brauchst einen für Clip, du brauchst einen für Clip. Was we do, Flight Crew? FTC, Flight Team Stand Up! Und willkommen, zu einem anderen Video. Mischa, sind die Lekker sind. Hey, hey man! Man denkt für gut, gell? Man denkt halt für gut! Morgen! Ja! Ja! Wäre vielleicht nicht mein Jumper, mein Jumper ist mies gut. Heißt also, gut. Ich hab' die Sonne... Jee... Der hat mich aufgetropft. Mach' die Sonne. Mach' den Ron... ach so Rondo! Das wird unser Ball. Ich? Dreier Contest. Dreier Contest, Ecke 5. Von drei werden wir nicht treffen. Ja, trotzdem. Üben, üben. Dreier Contest. Warte, ich drücke die Kamera. Drei dort. Fünf dort. Fünf dort. Fünf dort. Fünf dort. Fünf dort und fünf dort. Ei! Wir machen drei aus jeder Position einfach. Ecke. Ecke ist so schlimm. Ich schwöre, man sieht nichts. Ei, ist gut. Leute, ich bin ehrlich bei Dreier. Wir sind froh, wenn wir den Ring treffen. Ah, ja, shit. Vom Korner ist so schwer. Übertritt. Ach, da sind wir nicht so penibel. Gib zu. Nicht schwer. Oh, ist zu weit, wird immer weiter. Ich glaube, hier ist deine Hotzone. Überall keine. Ich habe Rostschutzmittel. Mann! Mitte jetzt? Erst Mitte. Digga, du stellst dich da. Einfach fest. Ich glaube, wie sind sie? Ey! Du! Ey! Auf. Jetzt hier. Leute, wir sind da nicht so penibel mit übertreten. Heute nicht rum. Ist schon schwer genug. Du hast jetzt 3 von 12 gerade. Nicht mal so kacke. 40 Prozent. Ne. Wie viel Prozent ist das? Ich höre, Korner ist zu schwer. Aber es ist eigentlich das einfachste für die Pros, weil es am nächsten dran ist. Ohne Sinn. Man sieht nicht mal, wo der Korb ist. 3. 3 von 15, ne? Ich glaube, 3 ist gut. Ich bin? Kommt da so anders aus einmal, ja? Ja, Korner. Ein bisschen weiter noch. Uh, clean. Was ist drin? Was ist drin? Was ist drin? Nehmen sich das? Oh! Das ist dick. Oh! Ja, der kommt gut. Ja, der kommt gut. Die Luft haben aber auch gescheißen. Ah, scheiße, man. So konstant von mir, so konstant, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Immer Rängen getroffen, immer nur zu kurz, weil es zu weit weg ist, ich komm nicht weiter. Basketball AG, die eigentlich nicht mitmachen wollen. So schlecht. Ich sag, ich bin zehnmal so gut wie du, Pitino. Die sagen, wir sind so wie Basketball AG, die eigentlich nie mitmachen wollten. So schlecht. Wir sind Pros. Wir sind trotzdem besser als er. So dumm. Ich will nicht sagen. Seike kamen die besten Shots, das war glaube ich Lack. War es nicht mal schwer, ja, Dreier ist einfach. Schlechter als Ben Simmons ist nicht schlecht, nur wahr, er ist ein Pro. Die schreiben Michael mies gut, er ist jetzt so froh. Wir sind stabil für Fußballer, okay ich hab verloren. Wir spielen einmal im Jahr Basketball, wir können gerne öfter spielen, vielleicht werden wir besser irgendwann. Wer ist der Beste von euch, wir können alle nicht spielen. Also, wir spielen Airball, ich weiß nicht, ob das die richtigen Regeln sind, heute in Schwung. Jeder hat null Punkte, jeder hat null Punkte, hier zählt ein Punkt oder zwei Punkte? Bist du wieder machen bis 11 oder? Ich sehe die zwei Punkte, weil es gibt doch Dreier. Wie ist das? Da ist zwei Punkte, hier ist drei Punkte oder? 21 oder? Und wenn man Airball wirft, dann ist man wieder auf null. Wirklich? Wieder auf null? Ja und man kann bei sieben oder so ein Checkpoint machen. Sieben und 14 oder so. Ich hab's falsch gespielt. Ich hab's selber keine Ahnung, so hat mir Momo das beigebracht. Ich würde sagen, hier ist alles ein Punkt, da ist zwei Punkte, Dreier. Alle schreiben jetzt, dass sie wissen, die googeln mies gerade. Dreier sind drei Punkte. Die googeln mies gerade, denken die wissen. Oder? Freiwurf zwei Punkte, alles andere ein Punkt. Und hier drei Punkte. Zwei Punkte von Dreier, alles andere ein Punkt. Okay. Okay. Und wenn man, wenn er bald drin ist, kann man auch so drauf machen, von da bis zu da. Ja? Ja? Eins! Eins! Lass sie, die f***! Dich f***! Dich f***! what?! Dich f***! Mann! Hey! Nimm doch, Mann! Ass! Ich bin dran! Scheiße! Ey Mann, ey! Was ist das los? Mann, ich hab doch keinen Bock mehr auf das Spiel. Das Spiel ist kacke, Digga. Mann. Das Spiel erfunden, Kackspiel. Fn Chat. Hä? Drecksspiel, ja. Ich triff keinen Freiwurf. Schwere, Dings. Ist schlimmer als Uno, das Spiel. Er triff das... Oh! Ja, Mike, danke! Mann, Alter! Mann, Alter! Elf, sechs, vier. Elf, sechs, vier. Der ist zu schwer. Das war für die Leute, die mich fallen sehen wollten. Ihr habt mir zwei Airballs gegeben und ich hab weitergekämpft. Ich hab jetzt elf. Das ist für euch. Ich bin auf der Stelle. Wow! Wie steht's? 14, 13, 11. Wo? 14, 13, 13. Ich finnig das Ding hier. Finnigst du? Sicher? Erbo, bitte! Oh! Es wär so clean! Es wär so clean! Es wär so clean! 18? Ja. Mach den letzten Dreier, sonst ist es uncool. Dreier! Hey! Null! Ah, boah! Witzig! Ah! Warum werfen die bis wieder ab? Oh! 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 Es wärs! Einmal Michael. Er kann finishen. Mein Gott! Einfach los! Ein Meter lang hier! Türen! Ei, 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 ei! Keine Türen! Warte nicht! Ich hab wieder 19. John, wie viel hast du? 18. 18. Michael hat 15, glaub ich. 19? Oh! Türen! James Harden! Iris Spring! Bring! Bring! Endlich! Mein Gott! Nehm ich jetzt! Ey! Your daddy! Liegestutz! Liegende Stütze! Jawoll! Und Michael, gib ihm mein Geld! Gib ihm mein Geld! Ja! Gib ihm mein Geld! Ah! Ich höre, reicht! Reicht für heute! Reicht für heute! Ich muss nichts mehr machen! Reicht für heute! Ich mach mies nicht! Ja, Junge! Wie shit! Nein! Wie shit! Sie können spielen, leider! Das wird jetzt so Quatsch von uns! Wah! Wir haben jetzt so aufgenommen, eine Mama! Jungs! Drei, die Tropfen! Wah! Jungs! Erwarte nichts von mir! Weil ich spiele nur Fußball, okay? Auf geht's, Männer! Ich fange einfach mal an! Hey! Jori! 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 Ich lege dir! Ich fiege gleich runter! Hilfe! Du hast gefangen, dann! Ich fiege mich! Aaaaah! Eh, ich fiege mich! Das ist Quatsch von dem! Oh! Oh! Sette! Wie ist das? Er ist kurz geflogen? Oh! Sette! Du hast! Sette! Du hast! Jetzt! Du hast! Du hast! Du hast! Hey! Oh! 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 Sette! Tschu! Wir haben gewonnen! Ah! Wir sind kaputt! Ist das nicht anstrengend? Ist das etwas für euch? Na und? Ja, es ist anders! Es ist anders als Fußball! Wow! GG's! Wow! Ich hatte nur A- Ich hatte nur A- Einfach C geblieben! Einfach C geblieben! A- Sechs Punkte bei Fünf-Punkte-Spielen! Echt? Ich werde Center, Leute! C plus! Egal! Was habe ich jetzt? Drei Assists! Drei Assists! Drei Assists! Es ist nicht wahr! Eine Flamme! Schau! Sieht mies leicht aus, wa? Ich mache Team-Takeover nächstes Mal! Sieht immer mies einfach aus bei NBA! Hey! Ich dachte, was machen die? Ist doch gar nicht so krass! Ich bin hier! Ich bin tot! Okay, jetzt noch zwei gegen zwei! Ja, krieg ich ihn auch wieder! Ich habe Froschschutzmittel! Ich bin kein Eis! Kann ich Center werden? Habt ihr meine Moos unter den Korb gesehen? An die, die sagen, ihr seid nicht gut und so, ihr könnt mir in den Buckel runterrutschen! Dann werden die gewonnen! Ich schwöre! Jetzt sind alle irgendwelche, die irgendwelche reden, dann irgendwelche reden! Ja, super! Ja, Bruder! Das ist doch so! Wenn du einmal Froschschutzspiel spielst, sag ich auch nicht, das ist scheiße! Hä? Digga! Alle haten ihn! Ich schwöre! Aber egal! Ich sage nichts! Fünf Minuten einstrengender gewesen, als wenn ich bin auf Platz! Digga! Nein, das ist das Schlimmste! Intensiv halt! Du läufst die ganze Zeit einfach nur! Fußball gibt's... Du musst was machen! Ich schwöre! Fußball gibt's Dings! Was ist das? Aus, Eckball, irgendjemand verletzt sich! Oder ein paar andere hat den Ball! Ich schwöre! Ja, war? Ich schwöre! Andere Konditionen! Im Fußball lauf ich auch nicht... Digga! Fußball lauf ich auch nicht 90 Minuten, einfach die ganze Zeit durch! Ich weiß nicht, wie die LeBron... Digga! Er macht uns seit so vielen Jahren Angst! Und ich weiß nicht, wie wir seine Knie gehalten haben! Tschüss! Ich schwöre! Einfach eine Fliege drauf in der Wange! Keiner von euch sagt, ne! Lass alle ein Like und ein Abo da! Dachte ich mal, nehme ich euch mal mit, wenn wir bohren gehen! Können öfter sowas machen, if you want! Ja, weil wie gesagt, Content gerade bei Streamen ist schwer! Deswegen stream ich auch nicht so viel gerade! Ich bin mehr mit meinen Freunden am Start und sowas! Unternehmen bisschen war es gestern ganz top unterwegs gewesen! Aber wenn wir am Kudan sind, dann können wir nicht die ganze Zeit live sehen! Ja! Ich sag schon mal Ciao! Peace out! Machs gut! Je Intens ein Turnitz! Golds, Hip, Hip, Hip....